Hallo, hier von dem schönen Asusjon mit einem gefüllten Bus von wunderschönen Leuten aus Deutschland. Sagt mal alle Hallo. Hallo. Ja, und jetzt sind wir unterwegs auf unserer ersten Fahrt nach San Bernardino. Wir freuen uns schon total, weil wir da den See bestaunen dürfen und ein tolles Grundstück. Und wir wollen euch alle grüßen. Ciao, ciao. Oder wie sagt man in Spanisch? Hasta la vego oder irgendwie so. Hasta la vego. Ciao, ciao.